Herzlich Willkommen zu einer neuen Handy Review. Wir spielen Geometry Dash und zwar Geometry Dash Meltdown. Es ist neu, auch von Raptop Games, auch so wie das andere, wie das normale Geometry Dash wahrscheinlich auch 40 MB groß und hat mittlerweile schon 500.000 Downloads. Das Spielprinzip ist dasselbe wie beim normalen Geometry Dash, aber es sieht sehr anders aus. Es sieht sehr anders aus. Wir gucken uns einfach an. Ich habe schon ein bisschen gespielt. The Seven Seeds. Ja, wie man sieht, eine komplett andere Grafik. Ich finde es ist auch schwieriger. So. So. Zack. Zack. Scheiße. Ach, ey. Fuck doch auf, ey. So. Fuck. So. Los geht es. Oh, ich bin so ruhig, weil ich mich konzentrieren muss. So. Am Arsch. Am Arsch. Das war alles gut. Oh, das war knapp. Oh, nein. Mann. Fuck. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Verdammte Scheiße. Am Arsch. Oh, das war knapp. So. So. Lol. Wie ist das denn gerade passiert, ey? Oh, nein. Mann. Ja. Den einen machen wir noch. Scheiße. Okay, noch einen. Scheiße. Schon wieder. An derselben Stelle gestattet. Okay, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Okay. Okay, das ist jetzt aber der letzte. Nächstes Level. Wir probieren. Ich zeige euch mal das. Das sieht auch ganz cool aus. Wow. Gleich verkackt. Also mit diesem. Scheiße. Mit diesem schwarzen Look, der ja ziemlich cool ist. Mit diesem Fackeln hier oben. Oh. Damn it. Damn it. Oh, Mensch. Was ist denn das? Verarsch mich nicht, Spiel. Mensch. So. Gebockt mir hier. Nächstes Level. Airbone Robots. Gucken wir uns das mal an. Tab while touching the ring. Hä? Hä? So irgendwas tappen. Ah. Oh. Hmm. Hmm. Mann. Hä? So. What the fuck? Wie bin ich denn da jetzt durchgekommen? Ich check's nicht. Ach, jetzt scheißt doch die Wand an. Ha. Ich mach's einfach jedes Mal falsch. Komm. Immer durch den Land. Ach. Fuck. Doch. Hä? So. Ha, 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 ha. No. Mann. Alter. Voll durch den Wind, ey. So. Zack, zack, zack. So. Hä? Och, Mann. Ich drücke immer auf den zweiten Kreis. Der irritiert mich voll. Gucken wir mal hier die Extrawurst für links und nach außen machen, bitte. So. Och. Och. Oh. Oh, ho, ho, fast geschafft. Mano. Oh. Hä? Läu, warte mal. Wenn man doppelt drückt, dann schafft man das auch. Nee, he he he. Hä, hat er gerade funktioniert? So. Mann! Oh, hohoho. Oh, scheiße, fuck, naja, also wer sieht, wie ihr seht, ja, Spielprinzip bleibt dasselbe, meine Bewertung bleibt auch noch genau die gleiche, ich find's einfach cool, dieses Spiel, ich spiel's gern und es ist echt krank geworden, also es ist, ich find es ist schwieriger als das vorherige GermoTreeDash. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Review, ciao.